The Division 2 So, ganz, ganz unten an. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. So. Los geht's. Jo. So. Dann bringen wir mal unser Geschütz in Stellung. So, ich hab meine Lieblingswaffe wieder. Oh ja, da müssen wir ein bisschen zur Seite. Der Kollege ist flott unterwegs. So, wo sind sie? Ah, da hinten kommen welche. Und da kommen welche. Uiuiuiui. Uiuiuiui. So. Direktive. Oh ja, er hier. Gleich mal der ganz große hier. Oh, oh, oh. Ach, du Schander, da ist auch einer. So, wo ist er? Ja, wie ich mein G36 liebe. Gut. Jo, die Mission ist klar. Wir müssen die Etagen säubern. Dann nehmen wir hier mal unser Geschütz wieder mit. Jetzt ein bisschen hier was. Okay, wunderbar. Ja, wie gesagt, wir spielen immer Friday ein bisschen locker so in den Feierabend rein. Einfach ein bisschen leveln. Einfach ein bisschen hier einsammeln. Einfach so, wie es gerade kommt, ein bisschen locker spielen. Ohne irgendwelche großen Stressfaktoren. Außer natürlich hier die Jungs bereiten mir ein bisschen Stress. So, was haben wir hier? Okay. Okay, okay, okay. Dann machen wir hier unser Geschütz hin. Sehr gut. Jetzt sind wir dann da oben noch im Kreis oder nicht? Nee, sind wir nicht. Okay. Okay. Und raus hier. Oha, oha. So, dann nochmal das Ganze von vorne. Yo. Ja, da oben ist einer. Der muss weg. Ja, die Jungs muss man einfach hier ordentlich behaken. Das hilft nichts. Okay. Da treibt sich noch einer rum. Hä? So, das sollte ich ihn doch hoffentlich hier aus der Deckung locken. Oh, jo, jo, jo. Oh ja, da kommt wieder einer. Nichts an dem Schild. Okay. Oh ja. Oh ja, komm weg, 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 weg. So, wo ist denn das zweite Terminal? Oh, da ist wieder einer. Ja, das wird jetzt wohl, denke ich, ein bisschen komplizierter. Aber wir können dann erstmal Munition einsammeln. Okay, da noch hat's ein bisschen was. Das nehmen wir auch mit. So, komm. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wo kommen sie raus? Natürlich hier. Und hinter mir, oder? Oh ja, das war klar. Sehr schön. Okay. So, was haben wir denn da noch? Gut. Nehmen wir mit. Alles mitnehmen, was der Rucksack hergibt. Nächste Etage erreichen. So, das überlege ich gerade. Jupp, da war nichts. Einfach nur hoch. Ah ja, da stehen doch die Jungs. Oh ja. Oh ja. Oh ja, da kommt einer von der rechten Seite. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Komm raus. Und da fliegt irgendwas auch nicht zu. Na, da kommt schon wieder einer mit dem Schild. Die sind ein bisschen unangenehm, die Jungs. Okay. Ah. Schade, den habe ich beinahe gehabt hinten. Da müsste sich doch irgendwo noch so ein... Oder nicht? Was herum? Da ist er doch, der Gehackte. Okay. 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 So, und da hinten ist noch was. Okay. So, Delay. Was ist das? Was ist das? Nee, da springt noch einer rum. Oh ja. Nee, nee. Nee. Setz dich. Okay, das sollte es dann wieder gewesen sein. Dann dürfen wir hier wieder einsammeln. So, den hier von Dröhnchen erstmal wieder auch einpacken. Und dann sehen wir mal weiter. So, groß viel einzusammeln gibt es hier gar nicht. Ah ja. Ja, schade kriege ich leider nicht davor. Okay. Müssen wir ein bisschen vorlaufen. Okay. Okay, das werfen wir da vorne hin. Genau, da passt es doch. Ideal. Etage zwei gesäubert. Sind wir schon durch? Sehr gut. Sehr gut. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Und auf jeden Fall wieder Munition für unseren Raketenwerfer. Ja, den müssen wir dann auch mal wieder einsetzen. Haben wir irgendwas vergessen? Nö. Okay. So. Okay, hier gibt es Munition. Hey. So, da wird es doch irgendwas geben. Ne, da gibt es gar nichts. Enttäuschend. Gut. Jo, weiter, weiter, weiter in den nächsten Raum. So, hier sollte sich jetzt doch wieder ein bisschen was tun. Ja, 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 okay. mal ein bisschen aufpassen ob irgendwie von hinten von neuer seite noch jemand kommt so soll es das schon gewesen sein sehr schön auf zur nächsten etage denke ich so immer mal ein bisschen umschauen ob jetzt irgendwo noch ein raum ist wo man noch ein bisschen was bekommt aber ich glaube am anfang ist es noch gar nicht so wild okay ja dann werfen wir mal das geschütz dahin da vielleicht da oben ist besser müsste ja eigentlich hier funktionieren oder dann werden wir endlich mal unseren raketenwerfer hier in ja die dröhnchen die dröhnchen haben wir nicht alle hübsche dröhnchen so du bist doch mal aus dem spiel genommen ja 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 geht nicht nun oha ist da irgendeiner hinter mir irgendwie muss ich da ein bisschen aufpassen da tut sich was ahja okay ups 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 oh ja da schießt was da schießt was ganz deftig da hinten ja 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 jemand ja wie jetzt muss ich aber dann schauen dass ich dahin kommen Oh ja, nicht das. So, der Lehm. Oh, da hat's noch was. Gut, okay. Ups, was schießt er? Wo schießt er? Wer schießt er? System unterbrochen. So, okay. System wieder online. System Fehlfunktion. System wieder hergestellt. System gedrückt. Ja, da müssen wir von der Seite ran. System reaktiviert. Ja, damit hat sie nicht gerechnet. System reaktiviert. Ja, lieber nicht. System reaktiviert. So, wie sieht's denn munitionstechnisch aus? So, jetzt müssen wir da erstmal an die Surfer hier ran. Okay. So, der zweite ist da hinten irgendwo. Na, da haben wir noch einen. Okay. Ups. Ups. Oh ja, da gehen wir lieber hier mal in Deckung. Okay. So, wo haben wir denn den vierten? Oh, da treibt sich ja einer rum. Und möchte uns ein bisschen... Ja, den Spaß verderben, hab ich so den Eindruck. So, aber an den Surfer kommen wir ran und dann wird die Sache dann doch hoffentlich endlich ein bisschen leichter. So, da ist noch einer. So, da ist noch einer. So, da springt noch einer rum. So, da springt noch einer rum. Gut. Dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen überlegen. So, was haben wir denn hier noch? Da haben wir noch ein bisschen Moon, oder? Komm. So, fehlt uns noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Nein, das passt soweit. Dann weiter im Konzept. Sehr schön. So, da haben wir doch was. Ach, da fehlt uns der Zugangsschlüssel. Haben wir den irgendwo vergessen? Dummdi, dummdi, dumm. Zugangsschlüssel, das Summit Zugangsschlüssel. Ja, da müssen wir irgendwo... War bestimmt ein Raum, den wir übersehen haben, wo das hätte sein müssen. Aber gut. Wie gesagt, im Wesentlichen geht es einfach nur darum, ein bisschen hier zu punkten. Wir können natürlich nochmal kurz zurücklaufen. Jetzt überlege ich gerade hier. Da wird doch irgendwo noch ein Raum gewesen sein, den wir vermutlich nicht gesehen haben. Oder der aufgeht. Da war doch immer so eine Geschichte, dass irgendwo ein Schaltkasten oder irgend sowas war. Oder das war eben dort, wo der andere Schaltkasten war. Nun gut. Sei es drum. Wie gesagt, es geht ja hauptsächlich darum, hier ein bisschen Spaß zu haben. Und deswegen gehen wir mal auf die nächste Etage. So, da geht's lang. Die nächste Etage erreichen. Wunderbar. Das wird dann die Nummer 4 sein des Summits. Gut, gut, gut. Oh, er raucht hier noch ein bisschen. So, dann nehmen wir mal einen Schluck. Natürlich auch hier die Etage säubern. Jupp, hier hat's nichts. Hier hat's nuscht. Sehr gut. Leichte Munition, 300 Schuss. Leichtes Maschinengewehr Munition, meine ich. Nö. So, da sind die Kollegen hier an der Baustelle. Ah, ja. Ja, kriegen wir wieder nicht hin. Schade, schade, schade. Dann halt hier das Geschütz hin. Okay. 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 Okay, da hinten kommen sie raus. Ist da noch jemand? Nein. Ja, ist wieder ein blöd hier natürlich. Mit dem Kanister direkt neben einem. Das ist nicht ganz so clever. Okay. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir hier dann doch ein bisschen weggehen. Jupp. Ach du Schande, von wo kommt denn das jetzt? Okay, gesäubert. Sehr schön. Da gibt's was. Zu mitnehmen. So, okay. Und da hinten gibt's wieder Raketenmunition. Die sollten wir auch einfach ein bisschen früher einsetzen und häufiger verwenden. Weil das räumt ja immer erstmal ein bisschen die Straße frei, sozusagen. Okay, da müssen wir rein, genau. Und da haben wir wieder eine Tür. Okay, hier gibt's jetzt irgendwo schon was. Okay. Okay, da hinten steht einer. EMP Störgerät in der Nähe entdeckt. Oh. Oh. Okay. Okay. Der Junge ist hinter uns her. Okay, noch einer. Okay, und das war's. Dankeschön. Kein Lebenszeichen bei Agent. Ja, da mussten wir dann einen kleinen Schnitt machen, weil nachdem ich dann ins Gras gebissen habe, ging's dann aus irgendeinem Grund nicht weiter auf der Etage und ich muss dann nochmal neu starten. Also sind wir jetzt hier wieder zurück auf Etage 4, die wir säubern sollen. Und ich hoffe diesmal mit ein bisschen mehr Geschick, mit etwas mehr Kampfglück. Ah ja, okay. Jetzt sind wir auch ganz woanders. Okay, sehr schön. Also gut. Und weiter geht's. Jo, du kommst bestimmt jetzt gleich hier hoch, oder? Würdest du gerne? So, kümmere ich mich hier um den Linken. Oh, da habe ich ja echt das Ding leer geschossen. Von nichts und wieder nichts. Okay, war's das? Ich glaube ja, aber wir müssen auf die andere Seite. So, dann können wir hier runter. Sehr gut. Und weiter geht's hier auf Etage Nummer 4. Ja. Kurz überlegen, kurz überlegen. Na, da müssen wir wieder irgendwo hochklettern, oder wie war das? Dummdi dummdi dumm. Ne, da hinten war es auch nicht. Wo ist denn hier was gelbes? Da ist doch was gelbes. Da geht's hoch. So, sehr schön. Jo. Okay. So, immer einen schönen Schluck mitnehmen. Wasser kann man nie genügend haben. Dann geht's jetzt hier weiter. Da wieder ein bisschen auffüllen. Was ist das? Grenetsche? Jo. Okay. Ja, die lassen wir dann mal lieber kommen. Und wir werden uns irgendwo hier ein bisschen... Jo, hier. Ja. Da kommt da einer. Ne, der ist schon wieder leider aus der Schusslinie. Okay. Ah! Sehr schön, Freunde. Okay. Die Jungs ist auch was. Oh ja, da kommt da einer. Joi, 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 joi. Das werden wir uns dann von hier erstmal ansehen. Yep. Da ist er noch irgendwo. Das ging in die Hose. Nö, 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 du. Nicht mit dem Spielzeug hier. Das mag ich aber gar nicht. So, der andere steckt da hinten irgendwo. Noch eins. So, Delay. Das ging dann wohl nach hinten los. Ah, jetzt kommen da wieder welche. Wenn ich das überhaupt nicht mag. Gut, auch diese Etage hätten wir gesäubert. Sehr schön. Dann geht's doch mal hier ein bisschen vorwärts. Haben wir da noch irgendwelche... Nein, da haben wir keine Raketen. Da gibt es aber irgendwo ein bisschen Munition. Ja. So, da haben wir uns jetzt mal ein bisschen wieder gelöffelt. Sehr schön, sehr schön. Jegliche Schwierigkeits... Okay. Also, jetzt müssen wir wieder hier ein bisschen aufpassen. Hat es da irgendwo... Aha. Okay. Was gibt es hier Feines? Okay. So, hier noch ein bisschen klettern. Rechtsrum und linksrum. Rechtsrum. Da müssen wir lang. Und auf jeden Fall immer Munition mitnehmen. Dann schauen wir mal da rein. Stell dir, ja. Geht's gleich los. Ah, ich glaub, das waren ein bisschen zu viel. So, da springt doch einer rum. System Fehlfunktion. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich hier ein bisschen in Deckung begebe. System wiederhergestellt. So, das Geschütz nehmen wir lieber mal weg. Das bringt da gar nichts. System gedrosselt. So, aber wenn wir es hier vorne hinschmeißen, dann müsste es doch aktiv sein. Jo, gerne unterstützt es uns auch ein bisschen. Geht's mal. Keinmal hier ein bisschen weiterfug. Ja, komm schon, komm schon. So, jetzt aber komm. Ja, jetzt muss ich das erstmal hier wieder ein bisschen checken. So, da müssen wir erstmal in Deckung bleiben, weil die Welle ist nicht gut. So, da müssen wir erstmal in Deckung bleiben. Okay. So. Ja, da kommen noch mehr. Nach und auf Drohnen. Okay, dann erstmal wieder raus hier. Ja, kommt Jungs, greift an. Okay. 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 Ja, ich würde gerne den Bereich sichern. Aber mir fehlt ein bisschen. Okay. Okay. Äh, ne, wie war das jetzt nochmal? Okay. oje, ne, wie war das jetzt ja. Oje. supers. Oje. Hm. Hm, muss ich echt nochmal überlegen, wie das war. Ja, wie war dieses Hacken nochmal? So, ja, okay, da bin ich safe. EMP-Störgerät zerstört. Gut, ja, wie gesagt, muss ich erstmal auch wieder überlegen, wie das Ganze war, wenn man sowas schon lange, lange nicht mehr gemacht hat, wie da die Reihenfolge ist. So, aber deswegen spielen wir es ja auch, um es wieder mal zu lernen, was wir da alles so Schönes zu tun haben. Okay, so. Sehr gut. Gut, da geht's lang. So, da gibt's ein bisschen was. Krieg, gehackte Kampfhunde, ach, da drin, okay. Und wieder mal die Surfer zerstören. Ja. Gut. Da muss ich mir jetzt nochmal Gedanken machen, okay. Ach, du Schande. So, da ist der eine Surfer. Da soll sich das Dröhnchen mal ein bisschen drum kümmern. Gut. Oh, da werfen die wieder Sachen durch die Gegend. So, dann nehmen wir doch lieber das NG. Das Leichte. So, das ist der Zweite gewesen. Wo haben wir den Dritten? Bestimmt hinter dem... Das war ja klar. Oder? Na, 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 okay. Können wir da was treffen? Ah, da kommt schon wieder was geflogen. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Kommen wir da hin? Ja. Kann die Drohne da hinten was tun? So, wir müssen da irgendwie da rum. Okay, da oben springt einer. Mit Spezialmunition. Der könnte ganz schön Aua machen. Ach, du Schande. Komm, hinters Ding. Sehr gut. Ach, du Schande. Jetzt ist der da. Ja, wo ist er denn? Nee, ich bräuchte dich da hinten. Na. Okay, dann soll er sich um den da oben kümmern. Ah, okay. Okay, jetzt hat er an. Jetzt kommt mir da noch einer entgegen. Uh. So. So, jetzt, Brünchen, hol dir den. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Sperrfeuer. System wieder online. Ah, immer noch immun. So, jetzt aber. System gedrosselt. System reaktiviert. Ach was. Okay. Sehr schön, sehr schön. Also, wir kommen jetzt langsam hier ein bisschen vorwärts. Ja, langsam kommen die Erinnerungen zurück. Langsam kommen die Erinnerungen zurück, wie das Ganze hier läuft. Ah, da oben haben wir noch ein bisschen was. So. Dann mal nach oben. Ja, dann müssen wir wieder runter. So, okay. Sehr gut. Dann erreichen wir jetzt hoffentlich gleich die nächste Etage. So, und da haben wir wieder was. Ah, wieder ein Schroti. Eine Schroti. So, geht's lang? Okay. Etage weiterhin. Ah, ja, das sind diese Etagen. Sehr schön. Das müssen wir wieder ein bisschen gut aufpassen. Hilfsposten zerstören. So. So. Upsile. Ach, du Schande. Da ist ja auch noch einer. Ah, ja. Müsste ich's doch. Ach, war's wirklich? Ja, wir haben noch einen Schuss. Der ist für dich. Und Wumms. So, da springt noch einer rum. Okay, das ging doch jetzt ein bisschen geschmeidiger. So, interessanterweise ist jetzt aber die Dumme wieder leer. Haben wir so viel verschossen. So, was haben wir hier? Okay. So, Dele. Dann schauen wir mal, dass wir noch ein Stockwerk machen. Das hier nehmen wir erstmal wieder zurück. Ist da noch irgendwas, was wir vergessen haben? Irgendwas, was wir wieder... Nö. Okay. Manchmal muss man ja ein bisschen aufpassen. Dann stehen die so richtig um die Ecke und kommen auf dich zu gerusht. Aber da ist jetzt ganz normal. Ist da noch was? Was haben wir denn hier? Okay. Können wir die hier dann von oben bekämpfen? Geht's denn da lang? Ja, da können wir die von oben bekämpfen. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Okay. Toxine in der Luft übersteigen Grenzwerte. Filter versagen. Ich muss nochsaus machen. Ja, da. Das war's. So, da springt noch einer rum. Ah, Kugli, ja. Ja, ob ich kann was werfen? So, da ist noch was. Okay, was ist da? Ah ja, okay. Okay, in der Nähe des Drohnenstocks bleiben. Okay, der ist da unten irgendwo. Na ja, dazu muss ich erstmal da runter anscheinend. Wups. Ach, du Schande. Ja, da habe ich jetzt halt aufgepasst. Vermute ich von da unten hochgeschossen. Schade, schade, schade. Dann würde ich doch sagen an der Stelle, denn wir haben jetzt bald eine Stunde gespielt. Und mit diesem Tod sollten wir das dann akzeptieren, dass wir ein natürliches Ende für diese Runde gefunden haben. Na ja, gut, wir haben sechs Etagen fast geschafft. Und das macht mir richtig Spaß, wieder hier ein bisschen The Summit zu spielen. So, wenn es euch auch ein bisschen gefallen hat, freut's mich. Dann dürft ihr mir gerne ein Däumchen da lassen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit für die Zeit und hoffe, dass euch hier dieses Format The Friday Feierabend Play bei mir gefällt. Ich sage Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal wieder hier bei The Division Warlords of New York. Dankeschön.